Herzlich Willkommen zum SHK TV Magazin in dieser Woche. Mein Name ist Sarah Meinholz und ich unterstütze ab sofort das Redaktionsteam von Krammer TV. Diesmal haben wir Wolfgang Waldig vom Handwerksbetrieb Peters über die Schulter geschaut. Er installierte allein in Ingolstadt in einem Einfamilienhaus in kurzer Zeit eine Hebeanlage. Zunächst möchte ich aber Herrn Ollenstein fragen, welche Anforderungen diese Baustelle an das Produkt stellt. Wir befinden uns hier in Ingolstadt in einem Einfamilienhaus. Dieses Einfamilienhaus hat eine Einliegerwohnung und diese liegt unterhalb der Rückstahlebene und muss deshalb über eine Abwasserhebeanlage entwässert werden. Diese Einliegerwohnung besitzt ein Bad und eine Waschküche mit einer Waschmaschine und nun muss die seit 1992 installierte Abwasserhebeanlage ausgetauscht werden und diesen Austausch nimmt nun die Firma Peters aus Ingolstadt vor. Wann ist generell eine Hebeanlage gefordert und was sagen die Vorschriften? Ja, die DIN 1986 Teil 100 gibt ganz klar vor, liegen die Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene bzw. ist ein Gegebnis oder ein natürliches Gefälle zum Kanal nicht gegeben, so muss eine Abwasserhebeanlage installiert werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Mieter der Einliegerwohnung auch in einem Rückstaufall die Entwässerungsgegenstände, zum Beispiel Dusche und WC, nutzen kann. Warum kommt hier nun die Hebeanlage Akku MuliStar zum Einsatz? Ja, wir haben hier einen speziellen Fall, das heißt die Einbringung, sowohl auch der Einbau, ist sehr beengt nur möglich, das heißt das kann nur mit einem Mann durchgeführt werden und deshalb hat man sich letztendlich für die MuliStar entschieden, weil diese Hebeanlage sehr kompakt und sehr leicht ist, nämlich sie wiegt nur 31 Kilo. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir fünf verschiedene Zulaufmöglichkeiten haben, das heißt die Hebeanlage selber kann wunderbar am Einbauort platziert werden. Druckseitig haben wir ein Spezialbefestigungsstück, das heißt hier wird dem Monteur die Möglichkeit gegeben, die Druckleitung sehr schnell und sicher zu montieren. Man braucht also keine weiteren Schlauchstücke, die mit der Zeit porös werden können und die ausgetauscht werden müssen. Wir haben eine komplette interne Verdrahtung, das heißt die Hebeanlage an sich ist steckerfertig und braucht keinen zusätzlichen Elektroinstallateur für die Inbetriebnahme. Des Weiteren haben wir im Schaltgerät die Möglichkeit die Zulaufhöhe einzustellen, das heißt wenn ich diesen Zulauf von oben nutze, dann kann ich mein Nutzvolumen erhöhen, das heißt weniger Schaltspiele, weniger Verschleiß, weniger Kosten. Und zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass wir uns hier bewusst auch für eine Schwimmerschaltung entschieden haben, gerade in dem Fall, wenn eine Störung vorliegt und Toilettenpapier sich zum Beispiel in der Hebeanlage abgesetzt hat und die Anlage nicht ordentlich schalten kann. Dann kann der Endkunde selber durch eine Sichtprüfung diese Störung beseitigen und muss nicht wie bei einer pneumatischen Schaltung jetzt einen Servicepartner zurate ziehen. Herr Waldig, Sie bauen eine Hebeanlage hier alleine ein. Was sind Ihre Erfahrungen mit diesem Produkt? Der Transport und der Einbau von der Hebeanlage war durch das geringe Gewicht kein Problem. Der Anschluss durch die leichte Montage, das nur Anziehen der vier Schrauben, Dichtheit, Zulaufanlage zum Verrutschen bei der Montage kein Problem. Und die Inbetriebnahme ist durch die vorprogrammierte Elektronik ohne Grundkenntnisse zu gewährleisten. Und noch der Tipp an die Kollegen, nicht vergessen an die DIN zu denken, Wartungsverbrauch abzuschließen, um spätere Arbeit zu sichern. Sie sehen, die Einbaumöglichkeiten von Hebeanlagen sind vielfältig. Soweit unser SHK-TV-Magazin für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns schon kommenden Dienstag zum nächsten SHK-TV-Magazin wieder oder am Donnerstag zur Kramer-TV-Nachrichtensendung.